Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2090 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich nehme Ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Sie werden für einen Termin kontaktiert. Ich nehme Ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Sie werden für einen Termin kontaktiert. Ich nehme Ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Sie werden für einen Termin kontaktiert. Die Braut steigt aus dem Oldtimer und hält einen Hochzeitsstrauß in der linken Hand. Heute beginnt die letzte Bauphase. In vier Wochen sind wir fertig. Heute beginnt die letzte Bauphase. In vier Wochen sind wir fertig. Überlegen wir gemeinsam, dann finden wir auch für dieses Problem eine Lösung. Überlegen wir gemeinsam, dann finden wir auch für dieses Problem eine Lösung. Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Ich will nicht mehr mit dir streiten. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Komm zu uns. Wir müssen über den Bauplan sprechen. Komm zu uns. Wir müssen über den Bauplan sprechen. Komm zu uns. Wir müssen über den Bauplan sprechen. Wir müssen über den Bauplan sprechen. Ich suche die Infos auf meinem Tablet und zeige sie gleich auf dem großen Monitor. Ich suche die Infos auf meinem Tablet und zeige sie gleich auf dem großen Monitor. Ich suche die Infos auf meinem Tablet und zeige sie gleich auf dem großen Monitor. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Damit wir ein Glas Honig erhalten, müssen Bienen eine Strecke von 120.000 Kilometern fliegen. Mein neuer Freund und ich gehen heute Abend zum ersten Mal zusammen ins Kino. Mein neuer Freund und ich gehen heute Abend zum ersten Mal zusammen ins Kino. Mein neuer Freund und ich gehen heute Abend zum ersten Mal zusammen ins Kino. Die Bauklötze sind neu. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Die Bauklötze sind neu. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Die Bauklötze sind neu. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Dieses Jahr ist die Ernte gut. Wir hatten noch nie so viele Tomaten. Du könntest sie auf dem Markt verkaufen. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich rufe den Installateur an. Er soll die drei Heizkörper schnell installieren. Ich rufe den Installateur an. Er soll die drei Heizkörper schnell installieren. Ich rufe den Installateur an. Er soll die drei Heizkörper schnell installieren. Das werde ich auf keinen Fall tun. Dazu kannst du mich nicht überreden. Das werde ich auf keinen Fall tun. Dazu kannst du mich nicht überreden. Die meisten Wege mache ich mit dem Fahrrad. Für längere Strecken nutze ich Bus oder Bahn. Die meisten Wege mache ich mit dem Fahrrad. Für längere Strecken nutze ich Bus oder Bahn. Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Du machst das gut mit dem Training. Jetzt sind es nur noch drei Kilometer bis zum Parkplatz. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020